Hallo? Raid Shadow Legends. Was? Ernsthaft? Schon wieder? Ja. Aufstehen. Geld verdienen. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals zu einer neuen Special-Ausgabe von Lustige Witze. Ja, ganz genau. Ich habe wieder ein Product-Placement bekommen und das heißt, ihr belastet mich mein Geld verdienen und bekommt dafür eine Folge Lustige Witze, wie es sonst nie gegeben hätte. Na, ist das ein Deal? Lustige Witze in 3, 2, 1, los. So, Natalia, du bist also 18 geworden. Chef, grüß dich! Kann ich heute 2 Stunden früher Schluss machen? Meine Frau möchte mit mir einkaufen gehen. Das kommt gar nicht in Frage. Oh, danke, ich wusste, ich kann mich auf sie verlassen. Schöchternheitsstufe 3. Ich habe ihm heute in der Tankstelle eine Kinderregel gekauft, nur damit ich auf dem Custom-Mond gucken kann, wie spät es ist. Die Katze so, oh, ein Teppich, da muss ich erstmal draufkotzen. Der Teppich so, oh, Katzenkotze, die gebe ich erstmal nie wieder her. Er lässt mich keine Pizza essen. Er möchte, dass ich nur noch Wasser trinke und nur noch ganz selten feiern gehe. Alles dreht sich immer nur um ihn. Ich hasse meinen Kontostand. Breaking News! HALT! Werbung! Dieses Video hier wird wieder mal unterstützt durch Raid Shadow Legends, einem epischen, völlig kostenlosen Dark-Fantasy-Spiel, mit dem du 13 Locations entdecken, 400 Champions frei spielen und eher in einer PvP-Arena sammeln kannst. Unter diesen Champions befinden sich Orks, Elfen, Ritter, Untote und vieles mehr. Seit meiner Werbung letzten Monat hat dieses Spiel nicht nur 10 Millionen, sondern fast 15 Millionen Downloads. Ihr seht, die Zusammenarbeit mit mir hat also gefruchtet. Außerdem ist dieses Spiel mittlerweile auf den Top 3 der bestbewertetsten RPGs im Google Play Store. Und das Beste daran, es ist immer noch völlig kostenlos. NANI?! 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 Ach was, in mehr gehen der Drextehle auch direkt runter! Die Dokumentation so. Und hier, liebe Zuschauer, sehen Sie den mittlerweile ausgestorbenen Ohhdu! Und ich sitze auf der Couch und denk mir so, wenn ich eine gescheiterte Existenz sehen will, dann schau ich in den Spiegel! chanten findest du nicht? Dodo ist nicht tot! Er ist mit uns auf Festivals! In der Mathematik gilt, je allgemeiner eine Aussage ist, desto akzeptierter ist sie. Im allgemeinen Leben wird eine sehr allgemein formulierte These stark angezweifelt. Sobald Gott eine Tür schließt, kommt eine Katze und möchte da durch. Ich brauche bis zum 01.05.2020 unbedingt einen Partner, da läuft nämlich eine Tomatendose ab, die ich nicht aufbekomme. In meinem Auto fing heute eine Warnleuchte an zu blinken. Ich bin aufgestanden und habe die Motorhaube aufgemacht und mich in dem Moment gefragt, was ich da eigentlich tue. Ich selber würde zwei Situationen erkennen. Motor brennt und am Motor ist weg. Das ist so, ich mache die Haube auf und denke mir, was soll ich da jetzt eigentlich sehen? Ich bin erkältet und mein Freund hat mir statt Tricola Rucola mitgebracht. Jetzt habe ich den Salat. Mit der Intelligenz ist es halt so, entweder man hat sie oder man weiß gar nicht, dass sie einem fehlt. Ihr seid alle voll scheiße, außer ihr habt tagelang nichts gegessen. Ich habe nur nicht zwei Justin Bieber Karten auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Irgendein Idiot hat die Scheibe eingeschlagen und zwei weitere zugelegt. Wichtige Information für eine Diät, wenn es schmeckt, spuck es aus. Mein Plan für nächste Woche. Meine Arbeitsleistung jeden Tag um 25% senken. Dann habe ich theoretisch am Freitag keine Arbeit mehr. Und praktisch wahrscheinlich auch. Sehr gerne. Das Fuck You im Büro. Oi, Puppe. Machen wir die Beine für mich breit. Sei mal nicht so plumm, bei Frauen findet der Sex im Kopf statt. Dann mach halt den Mund auf. Die Bild-Zeitung so. Gaffer-Wahnsinn auf Deutschlands Autobahn. Ebenfalls die Bild-Zeitung. Oh, hübsches Unfallfoto. Hier, 300 Euro. Like und abonniere, YouTuber. Like und abonniere, YouTuber.